Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu CastleStory. Ja, die sind hier groß am Bauen, weil wir einen Haufen Ziegel haben, aber wenig Holz. Lassen wir die jetzt erst einmal... ...sie die Häusle hier hochziehen. Werden wir hier neues Holz bringen. Wo ist denn mein Holzfäller? Achso, der ist da oben. Äh, nicht mein Holzfäller, mein Sägewerkler. Hm. Er holt Stein, aber wofür? Achso, er kommt jetzt da dran, hm. Ach, oder da dran. So, da wird wieder Holz gemacht. In unserem Lager sieht auch alles schön und gut aus. Musik Und ich werde glaube ich wieder zwei Waldarbeiter oder wenigstens einen zum Bauen abdonnern. Also das haben wir zu wenig Bauarbeiter. Der Quarby wird immer mehr abgetragen, das ist gut. Das ist gut. Okay, jetzt wird hier wieder richtig platziert. Du bist unser Holzfäller, okay. Oder unser Schreiner, besser gesagt. Und erstmal das hier fertig, würde ich sagen. Also bis aufs Dach, das Dach können wir dann am Schluss mal draufsetzen, wenn alles andere gebaut ist. So, noch zwei Hölzer und ein Stein fehlen. Äh, was zur Hölle geht jetzt hier ab? Warum liegen hier so viele Einzelsteine rum? Das ist... Das ist kacke. So, jetzt muss ich die ganzen Steine hier erstmal aufsammeln. Bevor sie despawn. Oh, ja. Kacke. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, das sollte reichen Ich hoffe mal, die anderen haben jetzt nicht auch überall Zeug verteilt So So Die drei können ruhig da rumliegen bleiben Nee, wir haben schon mal Fenster Genau, ich wäre froh Wenn ihr erstmal die Steinblöcke ein bisschen dezimiert Das finde ich übrigens auch geil Der geht da raus und da wieder rein Ah, das Pathfinding in diesem Spiel Juhu Ja, das ist ein bisschen Ja, das ist ein bisschen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dich kann ich mal den Quarry verschieben wieder. Wir haben langsam Holz. Sind hier überhaupt noch Bäume? Ja, hier sind noch Bäume zum Abholzen markiert. Die Putzauftrag können wir mal wegmachen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dass sie hochkommen So, jetzt gehen nämlich uns langsam die Steine alle Können aber schon mal anfangen um das Dach dann hier zu decken Und so finde ich sieht das am besten aus Ist es glaube ich auch am effizientesten, oder? Eins, zwei, drei, vier, ja Eins, zwei, na da sind es nur drei So, jetzt kommen sie wenigstens auf das Dach hoch So, jetzt kommen sie hinzu So, jetzt kommen sie hinzu So, jetzt kommen sie hinzu So, ein paar Ziegel haben wir noch, die wir verbauen können Wir geben auch mal wieder Glas in Auftrag So, jetzt kommen sie hinzu So, jetzt kommen sie hinzu So, jetzt kommen sie hinzu Ja, ich muss sagen Mit den Fenstern sieht das gar nicht mal so schlecht aus Auch die Kirche und alles Auch die Kirche und alles So, jetzt kommen sie hinzu Und ja, sobald die Werkbank fertig ist werden wir auch sehr viele Fackeln erstmal bauen Oder Laternen Und die dann platzieren Das heißt, irgendwann brauchen wir auch mal wieder Brimstone und Eisen Ah Der Quarry ist leer Also können wir den in Auftrag geben So Na, unser einer Brennofen läuft schon mal fleißig Er nimmt genau da Stein raus, wo er es nicht ausnehmen sollte Der andere will er gar nicht anfeuern Okay Hmm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020